hallo und herzlich willkommen zurück zu fallout 76 ich bin mr katafi euer let's play in das kaninchen und ich muss ein bisschen leiser sein weil ihr hört da ist eine brandbestie hier ganz in der nähe da hinten ist sie da ist eine brandbestie wir sind nämlich hier unten im cranberry bock denn wir wollen mal die hauptquest weitermachen und dafür haben wir ja hier den notfalltransponder weg verfolgt und die letzten notfalltransponder der steht hier oben auf dem dach dieses bunkers ich muss jetzt mal gucken vermutlich komme ich nicht darum die brandbestie zu töten deswegen laufe ich ja auch in power armor rum denn dieses gebiet und auch das wo wir gleich hingehen das ist nicht schön so viel möchte ich schon mal gleich vorweg sagen ich drücke mal hier und wir hören jetzt mal die übertragung an die letzte ja da müssen wir jetzt hin hier in diese verglaste höhle dort war ich schon einmal ganz kurz ohne die quest drinnen und habe viel spaß gesehen also wirklich viel spaß und deswegen bin ich auch ein bisschen ausgerüstet insoweit dass ich neben der kaninchen kralle auch natürlich meinen granatwerfer in meinen atombombenwerfer ein plasma gewehr dabei habe und auch ich habe ein gettling geschützt gefunden hey das nehmen wir auf jeden fall mit das können wir vielleicht mal reparieren einfach weil warum nicht das schöne ist es gibt ja diese reparatur kits mit dem man das on the fly reparieren kann und das machen wir einfach mal ich packe das mal auf die drei weil ich der kaninchen kralle eh nicht nutzen kann so brandbestie lässt du mich lässt du mich lässt du mich einfach durch ne ne lässt du mich nicht durch ne ja bis nach da drüben in die höhle werde ich nicht kommen ohne dass du mich siehst auch mitschleichen ja ich treff so gut aber gut mit der waffe eigentlich will ich nur dass es landet dieses doofe viel dann kann ich jetzt nämlich mit meinem plasma werfer kacke zwei zwei öhhh schönen guten tag vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen anders bewegen dankeschön öh öh 5 ah die eine ist 50 okay lasst mich schönen guten tag ja ich kann auch nicht ich muss hier runter ein reinchen fest hallo Oh mein Gott. Okay, scheiß auf alles. Woo! Wooie! Ich würde sagen, ab in die Höhle! Da darf ich dich gar nicht mitspielen da draußen. Holla, die Waldfee! Letztlich entsteht Spaß draus. Mit dem Plasma-Werfer müsste ich mich eigentlich mit meinem Plasma-Flammenwerfer eigentlich ein bisschen zurückhalten. Denn das Problem an dem ist, habe ich erfahren, dass es einen Bug gibt, der dazu führt, dass Gegner, die zu diesem Matschhaufen werden, teilweise nicht respawnen können. Also sie werden damit aus dem Spiel gelöscht aus der Map und müssen dann händisch wieder eingetragen werden. Oder halt, der muss dann richtig wieder gesettet werden. Und jetzt sind wir in dieser tollen Höhle und da wird uns bestimmt ganz viel Spaß entgegenstehen. Oh Gott, der schreckt mich doch nicht so. Meine Fresser. Oh, macht das viel Schaden. Wow! Okay. Okay, es sind drei. Vier. Lass mal Spaß! So, und zwei dieser Gegner können jetzt also, drei dieser Gegner können jetzt also vermutlich nicht wieder respawnen. Yay! Ist mir auch egal, sollen sie gefälligst wegbleiben. Okay, ich gehe mal in die Höhle rein offensichtlich, denn hinter mir entsteht immer wieder neue Freude. Ach, mir egal. Ach, was? Wieso Vorsicht? Von wem? Warum? Wieso? Oh Gott, da vorne höre ich schon Nachtigall, ich höre dir schießen. Ups, wollte ich gar nicht. Oh, hallo. Geh mal bitte. Dankeschön. Wenn die da hinten schießen, ist mir das egal, sollen sich gegenseitig alle erschießen. Du bist ein Feind. Ich habe mal die Aggressotron-Klinge mitgenommen, die ich habe, der den Ausweiter, so heißt der, weil irgendeine Nahkampfer verbrauche ich ja. Und ich dachte eigentlich, dass die vielleicht ganz nützlich ist. 45 mit ein paar Bonis, dass ich mich zum Beispiel regne. Oh, hier. Wie bitte? Hallo? Oh, vorbeigeschossen. Was haben wir hier? Ja, mit. Ich bin eh überladen. Niemand? Gut. Geh mal kurz auf Klo. Kann ich da draufdrücken? Nein. Baseball-Granaten. Ich werde bestimmt ordentlich Granaten brauchen eigentlich. Hier unten. Ich weiß auch nicht, ob mein Atombombenwerfer hier die richtige Waffe für enge Räume ist. Das werden wir erfahren, wenn wir fleißig sterben. Ich habe mich auch schon mal ausgerüstet, ganz viel Munition gecraftet. Wie ihr gesehen habt, ich habe plötzlich für den Gatling auch Munition dabei. Giftiges Wasser. Oh, eine Tartung. Das hier ist der richtige Ort für Atombomben. Hallo? Oh, schönen guten Tag. Gehen Sie. Nein, nicht. Ah, okay. Kein Spannter schießen. Katafi, du hast Zeit. Die können ja nichts. Aber wenn sie einzeln kommen, können sie dir nichts. Oh, Ura zieht. Ultra zieht, nicht Ura zieht. Ultra zieht. Yay. Das kann man immer gut gebrauchen. Oh, schönen guten Tag. Willkommen bei der Party. Schön, dass Sie so offen zu uns gelaufen kommen. Das nimmt uns Arbeit ab. Ich versuche ja auch gerade einfach ein bisschen meine Nervosität mal wieder mit Humor zu überspielen. Es ist ja ein gängiges Prinzip. Achso. Ah. Bei vielen Leuten habe ich mitbekommen. Oh, der kleine Teddy, der das Klo sauber macht. Ja, der macht das Klo sauber. Davon habe ich schon ein Foto. So weit bin ich gekommen schon mal. Ja, okay. Da möchte ich es gar nicht stören. Hey, wo kommen Sie denn her? Spaß und Freude. Oh Gott, noch mehr. Spaß und Freude. Oh Gott, das war zu weit. Wo kommt ihr denn alle her? Geh. Aus dem Licht. Geht mir alle aus dem Licht. Licht, 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 Licht. Licht. Wieso kommen die denn jetzt von hinten? Das ist ja voll gemein. Das mag ich nicht. Ich muss schnell wieder alle Waffen nachladen. Ich habe nur noch 77 Atombomben, die ich mit mir mitführe. Weil warum auch nicht? Ich persönlich, mal wieder eine kurze Anekdote aus dem Leben des Katafis, ich persönlich würde niemals eine Granate auch nur anfassen. Auch wenn ich wüsste, dass sie safe ist. Und eigentlich nicht so ohne weiteres explodiert, ist, finde ich, die Vorstellung einfach etwas in der Hand zu haben, was einfach mal eben so einem um die Ohren fliegt und dann komplett mitreißt. Also Sprengstoff in der Hand haben ist, weiß ich nicht, könnte ich nicht. Respekt an alle, wobei, Respekt, wer gerade, wer Granaten im Real Life verwendet. Ah ja. Hallo. Wo geht's denn hier hin? Oh. Überraschung. Oh. Überraschung 2. Hey. Hey. kommen wir mal nicht so nah. Kommen wir mal nicht so nah. Das mag ich nicht. Bedrängen Sie mich nicht. Bedrängen Sie mich bitte nicht. Daher. Wo geht's denn hier hin? Oh. Oh. Hunde noch mal daneben schießen. Oh Gott, es kommt noch mehr. Habe ich hier ein Nest entdeckt? Oh Gott, ich habe ein Nest entdeckt. Schießt gegen die Wand. Das ist noch mehr. Was ist das hier? Warum sind hier so viele? Und wo geht es hier hin? Oh. Hier geht es. Wo bin ich? Okay. Okay. Okay, eine große Höhle. Ich nehme das Ultrazit wieder mit. Da ist noch jemand. Oder daneben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kommen wir alle genau. Stellt euch da alle schön wie die Tontauben hin. Oh, das tat mir leid. Der Schuss. Stellt euch da schön Tontauben mäßig hin. Ich denke, was ist das da? Okay, da komme ich nicht rein. Meine Batterie, die nehmen wir mit. Für Blei, weil ich meinen ganzen Blei verbraucht habe. Für die ganzen Munitiones. Licht aus. Bist du tot? Okay, du scheinst tot zu sein, ne? Risiko. Okay, du bist tot. Hui, oi, oi, Oh, hey. Dich habe ich gar nicht gesehen. Du mich auch nicht. Tschüss. Relax. In die Schulter. Oh. In die andere Schulter. Was? Noch mehr? Warum ist denn da eine Milog-Königin, die da tot rumliegt? Also, ich beschwere mich nicht, dass sie tot ist. Ich beschwere mich, dass sie da ist. Oh. Munition. Oh, mehr Munition für diese Waffe. Das ist sehr schön. Hier waren auf jeden Fall die Bruderschaften. Ich bin überladen. Dann kann ich auch Raketenwaffe mitnehmen. Habe ich Raketen dabei? Nein. Na gut. Die waren hier auch schon. Vielleicht haben die die getötet. Oh. Hey, Buddy. Es ist so lieb von dir, dass du dich da hinstellst. Alter, ihr seid so tot. Ihr seid so dumm. Wenn keine Brandbäschen in ihr ist, die euch kontrolliert, seid ihr echt nicht die hellsten. Ai, 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 ai. Oh, was ist das? Eine Messing-Grubenlampe. Ich glaube, ich brauche noch eine Grubenlampe für eines der Pfadfinder. Ich drücke den Knopf. Jups. Ein Bier. Mit dem Alkohol. Ach ja, genau. Das fällt mir gerade in dem Moment ein. Ich hatte ja gefragt, oh, schlechte Neuigkeiten. Ganz kurz. Ich erzähle ganz kurz das mit dem Alkohol und dann hören wir uns die schlechten Neuigkeiten an. Ähm, wir machen es andersrum. Ich kann ja weiterlaufen. Das gefällt mir nicht, Sam. Kein bisschen. Die wollten hier unten einen Atomsprengsatz zünden? Und wozu nochmal? Um irgendeine Art radioaktives Glas abzubauen? Wie hat es dieser Laborkittel genannt? Ultrazit? Wir wissen beide, dass der Hauptschacht kaum hält. Das ist ziemlich übel. Du darfst das nicht zulassen. Das ist eine interessante und vermutlich wichtige Info. Kommen wir gleich darauf zurück. Wir merken uns das. Alkohol. Und zwar hatte ich ja gefragt, wozu man eigentlich Alkohol brauen sollte und Alkohol anbieten sollte und sowas. weil es gibt scheinbar also ich habe jetzt auch schon angefangen weitere Quests für den Erl zu machen. Der bringt uns nämlich neue Rezepte bei für verschiedene Alkoholsorten. Die bisher alle relativ nutzlos für mich sind. Aber es gibt ein Getränk, welches für eine Minute oder so die Tragkapazität um 50 erhöht. Und danach denn als Negativ-Effekt danach wird die Tragkapazität für eine Minute um 50 gesenkt. Das heißt, man kann einmal richtig viel tragen. Habe ich das da drüben untersucht? Ich glaube nicht. Na, ist aber geil. Und das nutzen, um sich zum Beispiel von bestimmten Orten zu seiner Basis zu teleportieren. Und das ist glaube ich richtig, richtig nützlich. Vielen Dank für die Info zu Darkness. der hat mir das gesagt. Der kennt sich mit sowas aus mit Alkohol. Öh. Dann zurück zu dem, was wir hier gerade erfahren haben. Die haben hier in diesem Schacht Ultrazit schon vorher entdeckt und wollten das abbauen mit Atomsprengköpfen. Jetzt ist die Frage, ist das Ultrazit vorher schon so besonders gewesen? Weil es gibt Ultrazit ja nur in diesem Gebiet hier unten. Also nicht in dieser Mine, aber in dem Quenberry Bock. Und da ist die Frage, ist das so besonders durch den Atomsprengkopf, den sie gezündet haben, dass das radioaktiv verstrahlt wurde? Oder war es schon vorher so, das Ultrazit, und sie haben es einfach nur damit abbauen wollen? Auf jeden Fall hat scheinbar die Tatsache, dass sie das mit Atomsprengköpfen hier bombardiert haben, dazu geführt, dass hier die Brandbestien dann entstanden sind, würde ich pauschal jetzt mal behaupten. Weil sie damit vielleicht eine sehr hohe Strahlendosis auf engem Raum hatten. Ups! Oder vielleicht eine Kombination aus diesem seltenen Ultraziterz, was auch immer das, oder Glas, was auch immer das macht. Uh! Und der erhöhten Strahlung. Auf jeden Fall nehmen wir das mal mit, das Ultrazit. Das scheint ja was Wichtiges zu sein. Da liegt noch ein Holothek. Nachtigall, ich werde tapsen. Hallo? Oh! Geh mal! Oh! Noch einer! Wo kommen Sie denn her? Herr Anführer! Aua! Gehen Sie! Ist unhöflich. 12 Mal gestorben. Unfall! Also gut, ganz ruhig. Ich höre dir zu. Du nimmst das auf? Du warst doch einverstanden, dass das unter uns bleibt! Das dient alleine dem Zweck der Protokollierung unserer Unterhaltung. Na klar! Du wirst das doch einsetzen, damit ich entlassen werde! Ich bin auf deiner Seite! ich... den Teufel bist du! Ich bin auf deiner Seite! Aber ich habe ebenfalls einen Vorgesetzten! Ich habe so viele wie möglich von euch behalten! Zu einem Viertel des Lohns! Billy, ich... Habt einfach das Gehalt gekürzt! Darf ich mal ausreden, verdammt nochmal? Ich hätte sonst noch mehr Leute entlassen müssen. Das konnte ich nicht. Wir sind hier alle eine Familie. Ich gebe mein Bestes. Das ist für keinen von uns einfach. Für diese verfluchten Eierköpfe ist es einfacher. Ich weiß, ich kann diese Schreibtisch-Hengste auch nicht leiten. Ich wäre diese Ärsche am liebsten alle los. Aber ob es uns gefällt oder nicht, mit ihrem Glas werden unsere Rechnungen bezahlt. Meine Rechnungen nicht. Was sollte ich deiner Meinung nach tun, Billy? Was verdienen diese Wissenschaftler? Mindestens das Zehnfache. Was, wenn es einen kleinen Unfall gäbe? Billy, das meinst du nicht ernst? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was ich sagen will ist... Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was. Ehrlich. Atemgeräte, sofort! Das Problem an sich haben wir schon häufiger gehört, dass die ganzen Bergarbeiter, durch die Roboter stark in Bedrängnis geraten sind und da auch viel Geld verloren haben, beziehungsweise viel Arbeitsqualität verloren haben damit. Und hier scheint es ja nochmal besonders schlimm gewesen zu sein, weil dann auch noch die Wissenschaftler als Negativpunkt oder als kontroverse Situation dabei waren. Und er wollte... Der Arbeiter wollte dann einen Unfall erzeugen und es kam dann scheinbar auch zum Unfall. Das heißt, die haben hier unten auch geforscht, wenn da auch Wissenschaftler direkt waren. Wir machen mal das. Das erscheint das Labor zu sein. Das machen wir mal ganz kurz auf. Das ist kein Labor. Warum genau ist hier eine Maulwurse-Ratte? Oh Gott, ich wollte nicht die Fusionskerne mitnehmen. Raketen nehmen wir auf jeden Fall mit. Den kann man nämlich auch Raketenwerfer einmal in Action erleben. Warte mal, den müssen wir auch mal ausstatten. Du kommst hier hin. Auf die sieben. Ein Hunde Naps. Vielleicht haben die experimentiert mit den Auswirkungen von diesem Ultrazit auf andere Lebewesen. Das könnte sehr gut sein, dass sie herausfinden wollten, entweder welche Auswirkungen das Ultrazit auf andere Lebewesen hat. Geht's eigentlich weiter? Da geht's weiter sehr gut. So, was? Nein, nur eine Höhle. Ein Terminal des Wissenschaftlers. Ultrazitvorführung. Falls Sie irgendwelche Zweifel an unserer Arbeit haben, möchte ich, Dr. Aktor Ihnen die Generator- Generator- Technologie vorführt, an der sein Team arbeitet. Dieser Generator wird immer noch von einem Klumpen dieses Ultrazit angetrieben. Und wenn sie fertig sind, wird Ultrazit das gesamte Bergwerk mit Energie versorgen. Rechnen Sie nach. Nein, lassen Sie sich von Dr. Ektor vorrechnen. Ultrazit wird der Brennstoff der Zukunft für das gesamte Land. Wir lassen uns von ein paar Demonstranten nicht aufhalten. Darüber sollten sich die Politiker Gedanken machen. Ja, unsere Wartung Leitung entspricht dem doppelten Planungswert. Niemand scheint es zu stören, weil es kaum etwas kostet, einen neuen Abbaubot zu kaufen, aber ich schwöre, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, es sind diese Leute, die bezahlen, das Ultrazit wegzuschaffen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass sie alle Bergarbeiter waren, bevor das eine Ultrazitanlage wurde. Diese wütenden Einheimischen wären sogar Was ist das denn? Was ist denn? Okay. Aber man kann natürlich trotzdem untersuchen, welche Auswirkungen das auf Lebewesen hat. Ich meine, sie nutzen vermutlich aus Kostengründen diese Abbau-Roboter, aber... Oh Gott, die ist aber eine große Höhle. Öh, was ist das da? Da steht ein Turret und hinten liegt irgendwas. Das kenne ich jetzt übrigens alles nicht mehr. So weit bin ich nie vorgestoßen. Äh, das ist eine Brandbestie. Da liegt eine tote Brandbestie. Und verbrannt... Da liegt doch ganz viel mehr! Was ist das? What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Oh Gott, ich höre... Bewegungen. Oh, eine Mini-Atombombe. Jetzt fühle ich mich sicher. Eine Mini-Atombombe hat eine weitere Mini-Atombombe. Oh Gott, sorry. Ich war gerade völlig, völlig konzentriert. Ich habe nichts mehr... Nichts mehr gesagt. Ich weiß auch nicht... Ich überlege halt gerade die ganze Zeit, wie das alles zusammenhängt. Wie die... Es gab einen Unfall. Ein Eimer bei Abrufstelle D4 hat sich gelöst und ist hochgegangen. Schacht eingestürzt, habt die meisten rausbekommen. Aber ich stecke fest. Ost-Tunnel von Haupt D, glaube ich. Spiel D keine Rolle mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Hab gehört, Doc Sally meinte, die Chinesen hätten die Große abgeworfen. Gott, wenn das stimmt. Falls jemand was hier findet... ...bringt es zu meiner Frau. Wir hatten einen guten Lauf, Schatz. Oder? Weißt du... Ich erinnere mich noch an unser erstes Date. In der Billiardhalle. Keine Ahnung, wer geworden hat. Oder was im Radio lief. Aber an dich erinnere ich mich. Wie es sich angefühlt hat, dich anzusehen. Wie du mich angesehen hast. So fühlt es sich immer noch an. Du bist meine Sonne. Meine einzige Sonne. Anschein. Ach. Ach, der Arme. Wollen wir denn hier unten so alleine... Ich meine, er hat immerhin seine Leute rausgekriegt. Das ist super. Was liegt hier alles? Was ist... Ach Gott, nein. Die auch noch? Nebelkriecher? Die kommen... Warte mal, ist ein verbrannter Nebelkriecher. Ne, oder? Doch, der sieht ziemlich verbrannt aus. Ich überlege gerade, kommen die alle... Kommen die ganzen großen Viecher aus diesem Minenschacht hier unten? Also, während des Krieges ist hier ein Unglück passiert, eine Explosion ist stattgefunden und die Chinesen haben Atombomben ja hier auch draufgebracht. Ach, guck mal, da drüben waren wir schon. Lasst mich raus! So wie er hier... Ach, das wird er gewesen sein, vermutlich. Oh, das war vermutlich... Oh. Oh Gott, ich will keine Plastik mitnehmen, egal. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es... Es ist nicht so, dass die Viecher direkt dadurch ausgebrochen sind. Er ist scheinbar verhungert da, würde ich sagen. Oder an irgendwelchen Gasen gestorben. Und erst danach sind dann diese Viecher aufgetaucht, die die Bruderschaft... ...dann fleißig bekämpft hat. Warum kann ich den nicht reparieren? Ich möchte ihn gerne reparieren. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne Unterstützung hier unten. Wirklich. Ich würde mich sehr über Unterstützung freuen. Ja? Bei einigen Wesen sieht man ja recht einfach, was es mal ursprünglich waren. Bei anderen ist es ja aber total... ...unersichtlich, was es mal war vor der Strahlung. Also es könnte auch einfach sein, dass es... ...von Wissenschaftlern vielleicht irgendwie... ...erzeugt wurde. Oh Gott, ich muss tief in die Höhle. Wir müssen tief in die Höhle hinein. Ach, das ist mal Munition. Ah, das wollte ich gar nicht. Ist egal. Ja? Nix? 90% bei beiden? Na bitte. Das Lasergewehr. Bisher finde ich das ganz okay so, dass hier alles tot ist. In dem Moment, wo ich es sage... In dem Moment kommt so ein Kack wie angescheißert. Trotzdem bin ich ganz froh, dass es nur Verbrannte sind. Und nicht irgendwie noch... ...also, dass die Bruderschaft hier schon mal aufgewäumt hat, finde ich sehr gut. Meierlöck, Jäger auch noch hier. Alles ist hier. Gut, das ist so ein bisschen die... ...Kühn... ...Nigin. Die kann die auch spawnen. Mir ist gerade was eingefallen. Mir ist gerade... ...was auch gefallen. ...dass die Königin... ...immer... ...hierher. Kommt. Hallo. Schönen guten Tag. Viel Spaß damit. Nein, ich bin vorbeigeschossen. Oh Gott. Warte mal, lass mich mal. Plasma Time. Der Vorteil an dieser Platte ist einfach, dass man mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Das ist der ganz, ganz große Vorteil davon. Die... ...Brandmestienkönigin... ...spawnt immer aus dieser Gegend. ...und dass hier so viele... ...verbrannte Varianten von verschiedensten Gegnern sind... ...ist irgendwie... ...kein gutes Omen, möchte ich mal sagen. Was ist denn noch? Letzte Folge hier total... ...ha, ha, 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 lachen, lachen, lachen... ...wegen Pfadfinder und so. Apropos Pfadfinder. Oh, bitte ganz kurz ablegen. Danke, Gatterfil. Ich habe jetzt den Pfadfinder-Pionier-Kauequappen-Rucksack auf Stufe 50 mir hergestellt. Ich hatte ja nur eine Stufe 20 oder so bekommen. Der hat sogar Tragekapazität 60. Das hat ja auch Darkness gesagt, dass die eigentlich bis auf 60... ...sogar eigentlich noch höher, wenn man die Mods... ...sich holt. Oh Gott. ...bekommen kann. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht, dass wir schon mal die... ...sechziger Kapazität haben. Das macht sich mal vieles leichter. Der gilt natürlich aber nicht, der Rucksack, wenn ich hier in... ...Powerarme rumlaufe. Verstehe ich gar nicht. Warte, dass ich da keinen Rucksack hinten aufsetzen kann. Ich fühle mich so unwohl hier. Ich meine, normalerweise sind Höhlen nicht so das Problem für mich. Warum wohl? Aber... ...diese Höhle hier... ...ah... ...hallo? Dinge, die man übrigens in Horrorfilmen ständig sieht und dann denkt so von wegen... ...warum machst du das? Rufen. Warum rufe ich? Was, 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 was... ...was wäre... ...ich warte noch auf den Tag, dass hier ein Monster ausspringt. Was wäre das... ...beste, was passieren kann? Dass keine Antwort kommt. Warum rufe ich also? Weil wenn eine Antwort kommt, dann will ich sie nicht haben. Okay, es geht hoch. Und es geht hier rum. Guck mal, hier ist nämlich noch ein Holotap. Du wolltest dich doch darum kümmern, Sam. Du hast versprochen, dass AMS sich versieht. Was hat es wohl gekostet, dich zu kaufen? Hast du jetzt ein schickes Apartment in Watoga? Der Tod dieser Jungen klebt an deinen Händen. Das hast du zugelassen. Ich bin fertig. Ich kündige. Ich hätte große Lust, diesem Kerwood-Fatzke einen Besuch abzustatten... ...und ihm eins auf die Fresse zu geben. Und genau das werde ich jetzt tun. Versuch ja nicht, mich aufzuhalten. Ich hoffe, du wirst wie alle der klingenden Männern jede Nacht mit deinen Träumen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben, Arschloch. Geld verdirbt den Charakter. Das ist das Ding. Bergarbeiter sind sowieso so ein... Heutzutage weiß ich nicht, wie das ist. In Deutschland zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr sicher, dieser Beruf. Aber... Man hat halt trotzdem ein... ...verhältnismäßig... ...unnatürliches Risiko. Im Vergleich zu anderen Berufen. Das sollte dann natürlich auch entsprechend entlohnt werden. Also ich weiß nicht, wie das ist bei... Boah? Plattformen ist das, glaube ich, so, dass die richtig viel Geld verdienen. Weil sie halt so einen extremen Beruf auswirken. Ich weiß nicht, wie das ist bei... Wie heißt das denn? Äh, da gibt es einen speziellen... Also die haben... Das hat einen speziellen Namen, dieser... ...dieser Bergbau-Beruf. Also wenn ich Bergbau betreibe, ähm... ...Kumpel heißt das, glaube ich. Wie süß! Wie süß! Da ist noch einer, da ist noch ein Dritter. Ist das süß! Bup! Oh, ich lasse ich stehen. Mit den... ...Helmen. Weil auch wenn das super... ...sicher... ...oder ziemlich sicher ist in... ...deutschland... ...ich sag mal... ...Bürojob ist auf jeden Fall ungefährlicher. Oh, wie geht's die ganze Zeit im Wasser lang? Ich geh mal ins Wasser erstmal. Ich geh erstmal hier entlang. Für das Ultrazit natürlich. Für nichts anderes. Also es ist nicht so, dass ich mich vor allem was drücken möchte. Ich... ...bin mir gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt was ist, wovor ich mich gerade drücke. Hm, 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 hm. Ich habe Durast. Ich esse eine Maissuppe. Eine leckere Maissuppe. Und noch ein bisschen Melonensaft hinter hier zum Nachspülen. So. Da oben geht's auf jeden Fall auch lang. Ich hoffe einfach, dass das hier... ...einfach nur so ein... ...Weg ist, wo ich ein bisschen Ultrazit abbauen kann... ...und ein bisschen rumlaufe und... ...nichts umgehe oder verpasse. Oh, der Duff kommt hier. Genau das Richtige. Es leuchtet doch so schön, das Ultrazit, ne? Das Glas. Ob es nicht... Es gab... Ich erinnere mich nicht, dass es Ultrazit in den vorherigen Teilen gab. Das heißt, es ist ja wirklich etwas, was hier auf Toga, beziehungsweise auf Appalachia spezifisch ist. Was aber auch schon vorher, ne? Wie gesagt, es ist ja etwas, was vor dem Krieg schon existierte. Also unabhängig von der Strahlung. Aber ob sie sich da ein bisschen von... Ähm... Elder Scrolls inspirieren haben lassen. Dort gibt es ja dieses Vulkanglas am Vulkan... ...oder an Vulkanen. Dieses sehr, sehr stabile... ...Glas, womit man Rüstung und Waffen herstellen kann, die... Ich weiß nicht, ob es die besten sind, aber auf jeden Fall sind es ziemlich... ...weit in der Rangliste oben liegende Ausrüstungen. Alles nachgeladen? Warte mal, schau mal gucken. Alles nachgeladen. Ist eigentlich eine Raketenwaffe nachgeladen? Ja, ist. Und es könnte sein, dass sie gesagt haben, hey, warte mal, sowas brauchen wir auch. Ich meine, es ist Glas. Es ist grün leuchtendes Glas. Das freut schon ein bisschen nach Vulkanglas. Finde ich aber okay. Ich meine, es ist ja auch der gleiche Publisher. Sie haben sich auch ordentlich Powerrüstung vornohren, die Bruderschaft. Dass man die nicht plündern kann. Ich würde die alle mitnehmen. Ich wüsste nicht wozu, aber hey. Nur eigentlich Ultrazit muss ich das fotografieren. Kann ich das fotografieren? Ich fotografiere auf jeden Fall mal, weil es sieht schick aus. Doch, Sprengstoffkiste. Vielleicht ist eine Plasma-Granate ohne. Ich sollte vielleicht Plasma-Granaten ausrüsten. Es sind Plasma-Granaten. Ey, es war eine Plasma-Mine, ne? Ah, es war Plasma-Mine. Nee, es war Plasma-Granaten. Habe ich die nicht ausgerüstet? Achso, wegen dem Raketenwerfer. Ja, macht nichts. Dann haben wir sie jetzt ausgerüstet. Oh, da liegt schon wieder eine Brandbestie. Ich habe sie nicht gesehen. Da liegt noch mehr. Da ist schon wieder so ein Nebelkrieg. Oh Gott, die... Die Höhle ist ganz schön groß. Mama! Mama, da liegen ganz viele Brandbestien. Und das ist eine riesengroße Höhle. Oh Gott. Ja, liebe Freunde... Oh Gott, da liegt noch eine... Was bist denn du? Du bist eine Meiler-Königin, oder? Liebe Freunde, das war die heutige Folge. Natürlich nicht. Ich kämpfe mich für euch voran. Oh Gott. Ich... Bin gerade... Auch einfach... Versucht... Ruhig zu sein. Interessant. Die ist platziert. Ah. Das ist ja interessant. Das finde ich cool. Also es ist... Okay, das bestätigt auf jeden Fall die Theorie, dass die nicht von einem anderen vorher getötet wurden. Sondern, dass die hier sein sollen. Dass das ein Schlachtfeld darstellen soll. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding, weil es ja Multiplayer ist. Du weißt nicht, ob die Gegner gerade vor kurzem von jemandem anderen getötet wurden. Und einfach nur noch hier liegen. Ich weiß hier nicht, die spawnen sind. Mama! Was bist denn du? Bist du was Besonderes? Oder bist du einfach nur... Oh Gott, Level 80 Brandbestien mit... Krone! Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Eine? Zwei? Nee, lass mal. Geh mal weg. Hallo? Lass mal. Ist die beste Waffe. Bitte kusch dich. Dankeschön. Oh, das war sehr mutig von dir, Katafi. Wie du die besiegt hast. Boah, wow. Oh, hey. Wo kommst du denn her? Alter, was ein epischer Kampf, den du hier abgezogen hast. Ich habe ein bisschen damit schon gerechnet, dass es jetzt passieren wird. Das kann jetzt heißen, dass die jetzt häufiger hier spawnen. Also, das heißt, das soll hier wirklich darstellen, dass es ein Schlachtfeld war, dass die Bruderschaft hier fleißig wirklich versucht hat, aufzuräumen und zu töten, aber es natürlich nicht geschafft hat. Und ich vermute einfach, dass wir ab jetzt... Oh, Säure ist super. Das brauche ich. Ab jetzt häufiger auf Brandbestien treffen können, dass wir sozusagen jetzt... Oh Gott, wo geht es denn da oben hoch? Den Moment erreicht haben. Was? Wie komm ich denn da hoch? Ohne... Jetpack. Ja. Ich muss echt mal ein Jetpack besuchen. Die sind so teuer, die Jetpacks. Nein! Ich brauch scheinbar eines, um mir weiterzukommen. Okay, da komm ich nicht hoch. Egal. Tschüss, Onimo! Wie, jetzt sind alle Brandpäschen aufgewischt. Ich liebe den Plasma-Werfer. Ich liebe ihn. Ich hab mir ja... Das ist jetzt nicht mehr der alte, sondern das ist jetzt schon eine neue Variante. Der alte konnte ja gar nichts. Also es war gar... Ich hatte Glück. Ein bisschen Glück beim... Ein bisschen Glück beim... Äh... Bei diesem Random... Bei diesem zufälligen bekommen von legendären... Also im Eintausch halt, ne? Bei diesem Händler. Und... Ist jetzt nicht super gut, dieses Plasma-Gewehr, aber... 90% weniger wiegen ist schon mal sehr schön und auch 50% mehr Schaden, wenn dieses... Vielfass tot ist. Das ist auch ganz gut. Dann ist der Kampf... am Anfang vielleicht ein bisschen... zäher, aber... dafür machen Plasma-Waffen einfach unglaublich viel Schaden. Es frisst halt ordentlich... Ich versuche, mich schon wieder abzulenken. Ich versuche, mich als eine der... frische Mädchen... Bündnis criterarten zu suchen... wie bist denn da... Da oben gelandet, mein Freund? Wo geht's hier hin? Nirgends! Oh Gott. Na gut, dann gucken wir mal. Geil, den möchte ich auch mitnehmen. Wer hängt sich nicht gerne Köpfe von toten Tieren an die Wand? Oh! Ich bin ja schon ein bisschen verleitet, da mal rein zu hüpfen, aber nein. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gib mir das. Ich bräuchte mal vielleicht irgendwas, um Essen zu kochen, dass wir mal ganz schön, dann kann ich das ganze Fleisch, was ich hier so absammle. Ich will gar nicht wissen, wie lang das da eigentlich schon liegt. Ich meine, die Bruderschaft kann das ja nicht gerade erst gestern gemacht haben. Das muss ja ja schon eine Weile lang rumliegen. Ich weiß nicht, ob ich das essen würde. Oh, geil, ein Knopf. Ah, push the button. Ich sammle erstmal das Ultra-Ziel hier ein. Es scheint hier eine Höhle am Ende zu sein. Wobei, da geht's irgendwie... Oh Gott. Wofür steht das? Die Macher haben gerne mal so kleine Secrets gelegt mit diesen Bauklötzen. Und das ist ja... Plush? Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß noch, wo das mal fehlt. Also sind auch so Secrets halt mitgelegt mit diesen... Bauklötzen. An verschiedenen Stellen. Was eine richtig coole Idee ist. Es gibt auch irgendwie ein... Ein... Secret, was... Oder ein Easter Egg, was die ganze Zeit durch alle Fallout-Teile im Endeffekt durchgezogen wird von Bethesda. Eine Spitzhacke. Yay. In Nulas Rucksack. Ich muss mir den Rucksack fallen lassen. Zu schwer. Alles war umsonst. Ich konnte meine Jungs nicht brechen. Sie ist nicht allein da unten. Da sind noch andere, kleinere Kreaturen. So wie ich und Dave. Sie starrt vor sich. Sie warten... Auf mich. Meine Haut platzt auf. Sie brennt. Ein festgespanntes Leichentuch. Ich vermisse euch. Ich vermisse euch. Das... 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 Das kann nichts. Wir... Zusammen... Nichtmals... Allein. Da haben wir gerade die Verwandlung zu einem verbrannten... Miterleben dürfen. Oh Gott. Und da unten... Sie... Oh Gott. Sie hat gerade gesagt, da unten wartet sie und noch kleinere. So wie sie und Dave. Das heißt, da unten wartet die Königin und... Chiuonimo. Warte mal. Es geht nach oben? Nach Appalatia? Ich hätte gedacht, es geht nach unten. Es ging nach oben? Ah! Aber ich hab... Ich habe Tagadien nicht gefunden. Nein! What? What? Oh, da hinten der Spaß offensichtlich. Naja. Say what again? Ich mein, ich nehm das hier mal gerne gerade ganz kurz an. Das ist ne coole Idee. Das ist cool. Kleine Zimmer für jeden. Das ist gut gemacht. Das gefällt mir. Das ist wirklich gut. Ich nehm das hier mal gerade ganz kurz an, um... meine Sachen abzuladen. Aber wir haben... Aber wir haben... Ein Tagadien nicht gefunden. Das bedeutet, wir müssen da nochmal rein... Wir müssen da nochmal rein... Und... Uns umschauen. Irgendwo haben wir scheinbar einen... Pfad übersehen. Oder irgendeine... Ich meine, es war da unten ja leicht, sich zu verlaufen. So ist es nicht. Der uns dann... Ja, ja. Skettling-Geschütz... Ja, kann auch weg. Wobei, das hebe ich mal noch auf. Vielleicht brauche ich das noch. Wobei, ich habe mir ein Plasma-Währe, ne? Ach, es kommt weg. Ja, dann müssen wir nochmal runter und gucken, dass wir das finden. Denn, das kann ja nicht sein. Wir wollten das... Darum ging es ja heute. Darum ging es ja heute. Das werde ich aber, äh, rausschneiden. Das kann ich euch schon mal sagen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da unten wieder bin und was gefunden habe. Bis gleich! Ich habe es gefunden. Denn, und zwar hier bei der... Wo die Brandbestie aufgetaucht ist. Dort gibt es eine Stelle, die ich ein bisschen übersehen habe. Vermutlich aufgrund meiner dezenten Panik. Ich habe hier auch irgendwie ein ganz... Also, diese Ecke habe ich komplett übersehen. Und zwar, hier zwischen den Nebelkriechern und der toten Brandbestie liegt eine Leiche. Listergedy, die wir brauchen. Und auch der letzte, vermutlich Transponder, wer weiß. Aber ich nehme jetzt erst mal den... Inhalt ihrer Taschen mit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns mal ihre letzte Nachricht an. Nimm das Ding sofort in Betrieb, Ritter! Bringt die Ladungen an! Das Dorn-Tunnel! Ah! Achtung! Achtung! Wenn wir es nicht schaffen, Brüder, dann zielt auf diese Koordinaten. Findet diejenigen, die diese... Dinge erschaffen haben und... Sie wurden erschaffen! Das dachte ich mir ja auch, dass... Diese Brandbestien... Ich meine, das sind Fledermäuse, aber... Das hatte ich, glaube ich, nicht gesagt. Das war einfach nur in meinem Kopf. Ich fiel, ich fiel, was ich hier, äh... Was, was ich sagen wollte, ist einfach in meinem Kopf geblieben. Ist mir vermutlich passiert. Aber... Es sind natürlich... Fledermäuse, auch mit ihren Ultraschallangriffen und sowas, aber... Das kann doch nicht normal passieren. Also, das ist doch nicht normale Radioaktivität, wie, äh... Bei anderen... Monstern. So, wir haben... Damit jetzt... Das... Gewunden. Und müssen uns jetzt in ihrem Quartier... In Fortifiance... Mehr über die Brandbestien herausfinden. Wie voll bin ich? Ein bisschen zu voll. Wobei, nein, ich bin gar nicht zu voll, wenn ich hier aussteige. Dann dürfte das sogar gehen. Dann können wir uns vielleicht sogar teleportieren. Ja! Können wir! Das schaffen wir denn heute noch in dieser Folge. Ab zu Fortifiance. Da ist zwar ein Gesuchter, aber damit kann ich leben. Vermutlich nicht. Vermutlich würde ich mich jetzt gleich umbringen. Da ist keine Kiste in der Nähe. Ich hab, glaube ich, nicht mehr so viel in meiner Tasche. Ich hab ein paar Sachen noch gefunden. Ein paar andere... Kleine Stashes, die ich nicht durchsucht hatte. Aber da war jetzt nichts Besonderes drinne. Also nur ein bisschen Medizin oder irgendwie sowas. Aber das hab ich einfach eiskalt übersehen. Diese Stelle. So, wir ignorieren alles, was hier uns auf den Weg laufen möchte. Wir wollen... Das ist noch ein Level 32er. Was ist denn auf der 3? Ach, das ist ein Schwert? Nee. Aua! Nicht in den Rücken schießen. Das ist unfair. Ich bin echt froh, da wieder rauszukommen. Ich bin echt froh. Vor allem, weil im zweiten Durchgang da Verbrannte gespawnt sind. Da waren plötzlich Verbrannte. Ganz, ganz viele. Ich weiß nicht, warum. Zum Glück keins der anderen Monster, die da waren. Da hatten die Bruderschaftssoldaten sehr fleißig für Ordnung gesorgt. Aber... Verbrannte waren denn da wieder. So. Wir gehen gleich... In den dritten Stock? Glaube ich. Denke ich. Vermutlich. Keine Ahnung, wo das Quartier von Terredi war. Oh. 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 Hallo. Brenne, mein Freund. Brenne. Ist das das Quartier von Terredi? Ja. Ist es. Cool. Und ich bin sogar sicher. Alter, ich bin so gut. Warte mal, ich nehme die noch mit. Blei, blei, blei. Weil ich habe ganz schön viel Blei verbraucht. Oh, warte mal. Da sind wir auch noch mehr so. Blei. Und Kupfer. Und hier auch noch mehr so. Das ist Terredis Quartier. Sehr, sehr schön hat sie sich eingerichtet. Muss man sagen. Oh. Das Licht war schon. Da ist ein Holotape. Ältester Maxens. Letztes Gespräch. Lizzie. Tercano sagt, der Satellit fällt bald aus. Das war's dann wohl. Ältester, dazu bin ich nicht bereit. Können die Gelehrten denn nichts dagegen tun? Nein. Die Infrastruktur der alten Welt bricht zusammen. Du bist die beste Stellvertreterin, mit der ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es Zeit, dass du die Zügel in die Hand nimmst, Lizzie. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich weiß, dass du deine Leute nicht enttäuschst. Roger, wir haben nicht genug Personal für diese Mission. Es kommen immer mehr Bravos. Dann finde neue Rekruten. Finde kreative Lösungen. Ältester, du traust den Außenseitern zu vorschnell. Sie werden dich betrügen. Fängst du jetzt auch damit an, Paladin? Alle um mich herum wollen immer die Außenwelt ausschließen. Sich nur um sich selbst kümmern. Selbst mein eigener Sohn. Aber die Bruderschaft kann nicht ganz allein alles wieder aufbauen. Wir brauchen die anderen. Schließlich geht es bei unserem gesamten Plan um sie. Ich denke nicht an die ferne Zukunft, Ältester. Ich mache mir Sorgen um heute und morgen. Wir sind ununterbrochen damit beschäftigt, die Bravos zurückzuhalten. Ich kann mir keinen Aussetzer leisten. Ich habe Vertrauen in dein Urteilsvermögen. Wenn unsere Gelehrten etwas Neues finden, versuche ich dir irgendwie eine Nachricht zu schicken. Und Lizzie? Was? Was? Sprich weiter. Na gut. Ja, ja, die Angst. Die hat ja hier einige Leute auseinandergetrieben. Brandbäschen Analyse. Wir konnten einiges erfahren, seitdem wir den Kontakt zu Elders und Maxen verloren haben. Grant sagt, es könnte kaum schlimmer sein. Bedrohungsentschätzung. Die eigentlichen Bravos sind verstärkte, mobile, listige Raubtiere. Bravos nutzen die Echo-Peilung, um Verstärkung am Boden anzufordern. Interessant. Der Brutzyklus ist extrem kurz. Dafür, dass sie so riesengroß sind? What the fuck? Das einzige, was Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass Bravos neubestimmten Orten nisten. Wir haben drei Nester in alten Bergwerkstollen unter dem Sumpf gefunden. Aber irgendwo gibt es ein Hauptnest, das das eigentliche Problem ist. Um zu verhindern, dass sich die Bravos außerhalb von Appalacia ausbreiten und möglicherweise ein Massenaussterben auslösen, müssen wir ihre Hauptnester zerstören. Mhm. Ideale Lösung. Ich habe tolle Sachen bekommen, aufzüglich. Die kommen hier nicht rein. Jeder einzelne Bravo muss vernichtet werden. Maxon hat den Einsatz von Atomenbomben verboten. Aber vor ein paar Jahren fanden wir eines der Raketensilos und... Ernsthaft? Wieso kommt ihr hier rein? Wieso ist da bitte ein... So ein Laser-Gatter, wo ihr einfach durchkommt? Und wo kommt ihr überhaupt her? Ich war am Lesen. Unhöflich. Unhöflich. Noch jemand, der hier mitspielen möchte? Rühren wir erstmal auf. Gucken wir erstmal überall hin. Da liegt noch eine Brauerarmor. Cool. Ja, die sind jetzt nicht... Wie? Durch den Boden kannst du dich jetzt einfach hier graben? Okay, ich dachte schon. Gucken wir mal ganz kurz hier... Okay, die können sich hier nicht durchgraben. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt Ruhe habe und lesen kann. Ich wollte nämlich eigentlich erstmal noch lesen, was wir jetzt... Für unseren Charakter schon herausgefunden haben. Meine Güte. Alter. Vor ein paar Jahren fanden wir eines der Raketensilos und das alte Sicherheitssystem war beeindruckend. Als letztes Mittel müssen wir einen Weg hineinfinden. Senator Sam Blackwell war im Kernenergieausschluss, also könnte er etwas wissen. Aber niemand weiß, wo sein Bunker ist. Außer vielleicht Quinn Carter vom Charleston Herald. Wie auch immer. Wenn Touchdown fehlschlägt, kann die nukleare Option die einzige sein, die uns noch bleibt. Scheiß auf Maxens Befehle. Boah, naja. Alles ist anders. Als wir Lost Hills meldeten, womit wir es hier zu tun haben, konnten sie es kaum glauben. Sie sehen sich mit einer Reihe seltsamer Dinge konfrontiert. Neuen Pflanzen, Tieren, Monstern. Man verliert schnell den Überblick. Bis zu einem gewissen Grad habe ich auch aufgegeben. Aber eins ist klar. Diese verbrannten Brandbestien sind völlig anders und auf die müssen wir uns konzentrieren. Mit all den anderen Gefahren werden wir fertig. Selbst mit diesen riesigen Mutanten. Aber wie sollen wir gegen die Verbrannten ankommen? Ultrazit Powerrüstung. Ich habe die von gelehrten Tarkano übertragenen Pläne so weit genutzt, wie ich konnte. Ich glaube, das Kühlmittel lag behoben zu haben, aber ich bin mir nicht vollkommen sicher. Sollten wir je die Zeit und Ressourcen haben, kann ich versuchen, eine zu bauen. Die Liste der benötigten Komponenten ist allerdings einschüchtert. Habe ich die jetzt schon, die Ultrazit Powerrüstungsbaupläne? Also ich habe ja eine Ultrazit Powerrüstung, aber ist das die gleiche? Persönliche Notizen. Zwei Monate und immer noch keine Meldung von Maxon. Grant hat die Kommunikation mit der Westküste ein für alle Mal abgeschrieben. Jedes Mal, wenn wir glauben, die Bravos endlich erledigt zu haben, kommen sie noch größeren Hormen zurück. Nur Grant und Wilson kennen Tarkanos letzten Auftrag. Wenn der sich herumspräche, wäre eine Massenpanik nicht auszuschließen. Jeden Tag verlieren wir nur noch mehr Munition, Kraft und manchmal auch Ritter. Wir müssen endlich die Endzone erreichen, sonst ist Appalachia erledigt. Bisher waren unsere obersten Prioritäten, gefährliche und nützliche Technologien sicherstellen, die Menschen von Appalachia beschützen, unsere Einsatzkapazitäten erweitern. Aber die Führung hat einen Machtwort gesprochen und es gibt einige Änderungen. Wir planen, die Brandbestien mittels neuer Technologie, die Gelärter Takano und Gelärter Grant entwickelt haben, in eine Todeszone zu locken. Unsere oberste Priorität lautet nun, die Brandbestien auszulöschen, bis der Himmel wieder frei ist. Einige von ihnen werden in Auftrag erhalten, Nahrungsmittel, Munition und andere Vorräte von Respondern und Freien Staaten sicherzustellen. Greifen sie entschlossen durch. Sagen sie ihnen, dass die Brandbestien eine unmittelbare Gefahr darstellen. Sobald diese beseitigt ist, wird die Bruderschaft sich erneut um den Schutz der Menschen kümmern. Unter keinen Umständen haben sie Kampfhandlungen zu initiieren oder Vorräte zu stehlen. Um an genügend Vorräte zu kommen, dürfen sie jedoch Plünderungsrecht ignorieren. Einfach ausgedrückt, alles, was nicht gerade auf den Farmen gelagert wird, ist frei wird. Ich weiß, wie widersprüchlich das klingt, aber wir haben keine Zeit, Politik zu spielen. Wir befinden uns im Krieg und wollen ihn gewinnen. Ad victoriam. Wir haben heute Kontakt mit Usa1103 verloren. Grant hat das Backup bereits hochgeladen, aber er weiß nicht, wie lange es noch funktionieren wird. Ältester Maxon meint, wir müssten akzeptieren, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt auf uns allein gestellt sind. Wenn sie also irgendwelche dringenden Informationen brauchen, sollten sie jetzt danach fragen. Ich lese! Die kommen jetzt auch schon wieder angescheißert, ne? Die spawnen hier gerade neu. Alle 15 Sekunden oder was? Geh! Kommen die den Aufzug? Die kommen den Aufzug hoch! Wie? Wie kommen die denn in den Aufzug hoch? Haben die dafür ne Befehlskarte oder was? Mein Güte. So, Satellit verloren. Fort Defiance. Camp Venture war eine gute Einsatzbasis, aber mit dem Abschluss der neuen Absolventen sind wir bereit, unser Hauptquartier zu erweitern. Also willkommen in Fort Defiance. Ich möchte auf einige Einwände eingehen, die wegen der Verlegung der Basis laut wurden. Der Quenberry-Bogburg ernstzunehmende Gefahren. Aber wenn wir uns hier niederlassen, beschützen wir Appalachier vor ihnen. Diese Gefahren werden zu dem Plünderer und anderen Eindringlingen abschrecken. Sie werden unser Schild sein. Das Fort selbst ist derzeit tatsächlich zu groß für unsere Bedürfnisse. Das heißt allerdings auch, dass wir hier auf lange Sicht genug Platz haben werden. Die ursprüngliche Funktion dieser Institution finden einige geschmacklos. Oder vermerkt. Wir haben nun die Chance, sie von ihrer Vergangenheit reinzuwaschen und für unsere Zukunft einzusetzen. Wer von ihnen in Uniform gedient hat, ist es bereits gewohnt, die Zähne zusammenzubeißen. Für alle Unerfahrenen, das ist ihre Gelegenheit, Mumm und Charakterstärke zu entwickeln. Ad Victoria. Damit haben wir diese Hauptquest abgeschlossen. Wir haben erfahren, dass... Was haben wir eigentlich erfahren? Wir haben erfahren, dass die Brandbestien irgendwie gezüchtet wurden. Dass die Brandbestien... In... Dem Gebiet ihre... Nester haben. Und dass wir... Deswegen die Atombomben dort unten drauf schießen sollen, um die Brandbestien-Nester und das Hauptnest, welches sich hier unten befindet, auszulöschen. Hier, im Rissstandort Prime. Dort befindet sich das Hauptnest und deswegen schicken wir dort Atombomben hin, um das Hauptnest auszurotten und die Königin hervorzurufen, um sie zu töten. Das haben wir jetzt erfahren und... Haben wir ja auch schon mal miterlebt. In der letzten Folge, glaube ich sogar. Yay! Hat ja auch irgendwie nicht zum Erfolg geführt. Yay. Was ist das da? Achso. Na gut, die Folge war ein bisschen länger als sonst. Aber wir gucken nochmal ganz schnell, was wir hier bekommen haben. Wir haben hier eine Rüstung bekommen. Wow. 15% weniger Schaden durch Tiere. Und wenn du ausgere... Achso. Wow. Ist ja auch richtig gut. Leider keine besonderen, tollen Sachen bekommen für diese Quest. Naja, dann halt nicht. Dann haben wir... Haben wir vielleicht noch irgendwie einen... Schönes... Schönen Bauplan bekommen. Da Minigun. Okay, hatten wir schon. Schade. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, gucken wir, ob wir vielleicht noch eine der Hauptquests abschließen können. Denn wir haben ja noch eine, bei der wir hier oben das Master-Holoband auf Sams Terminal hochladen sollen, was gegen die Verbrannten helfen soll. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir gegen die Brandbestien vorgehen. Hoffentlich funktionierend. Mal irgendwann. Und dann auch, wie wir gegen die Verbrannten vorgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnienchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.